Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play. Super Mario World Returns. Jetzt werden wir in dieser bösartigen Höhle weitermachen. Ich vermute mal, dass die bösartig ist, ja. Oh, komm her. Ja, das hab ich mir schon fast gedacht. Natürlich muss da das Viech rauskommen. Ach Gott, das ist ein etwas mieser Sprung, aber es geht. Mist, ich wollte eigentlich den Käfer damit umbringen. Aber man kann nicht alles haben, was man sich wünscht. Leider. Ja, das war natürlich ganz schlau von mir. So. Na, endlich ist der Kucka da weg. Obwohl, eigentlich hätte man sich da eine Schelle mitnehmen sollen, aber ist jetzt auch egal. Weiß ich, das ist irgendwie schlauer, sich da eine Schelle mitzunehmen, weil dann hat man zumindest, wenn man von vorne getroffen wird, dann hat man noch eine extra Wurst. Ja, aber so nicht. Nur, wenn man von vorne getroffen wird. Oh, stirb du Scheißviech. Wegen dir habe ich jetzt nur noch einen Pilz. So. Nein! Och, scheiße. Mich hat diese Scheißpflanze jetzt vollkommen irgendwie aus dem Konzept gebracht. Weiß auch nicht, wieso. Mich hat die Scheißpflanze so dermaßen irritiert, die da auf einmal rauskam. Hm? Ach, Mann. Ich hasse dich, du Scheißpflanze. Wegen dir bin ich jetzt tot. Du bist das einzige Lebewesen, das daran schuld ist, Pflanze. Ich hasse dich, wie die Pest. Boah. So. Ich glaube, hier sollte man rutschen, weil dann kann man zumindest vermeiden, dass man da verreckt. Okay, ich bin jetzt vorsichtiger. Wow. Oder auch nicht. Wie man hier sieht. Hilfe. Ach, Menno. Wow. Oh, komm her, Pilzi. Komm her, Maschrum. So, du Scheißpflanze. Ich hasse dich. Gegen dir bin ich letztes Mal gestorben. Ich weiß doch genau, dass du das warst. Boah. Ah, hier kann man rein. Interessant. Wusste ich auch noch nicht. War jetzt nur Zufall und sowas. Okay, hoffentlich überspringen wir jetzt große Teile des Levels. Wünschenswert wäre es auf jeden Fall. Wow. Vierte Yoshi-Coin. Mal sehen, ob wir auch noch die fünfte kriegen oder ob die uns verwehrt bleibt. Da kann man jedenfalls irgendwie runter. Aber ich will es jetzt nicht riskieren, Leute. Weil nachher... Ah, so. Hier kann man runter. Okay. Ich weiß. Gut. Und warum habe ich mir jetzt keine Power-ups geholt? Das war etwas Stupede von mir. Und Stupede heißt ja dumm. Stupede, Stupede. Sorry, I'm stupid. I can't think because I'm so stupid. Sorry. You must think for me because I'm so stupid. Ja, natürlich. Das war wirklich stupid, dass der Pilz sich so verpisst hat. Das sollte er eigentlich nie tun. Das liegt erstens daran, dass Verpissen eigentlich ein nicht ganz moralisch korrektes Wort ist. Und zweitens daran, dass Pilze sich an Regeln halten müssen. Menschen wie Menschen. Wie Humans. Menschen gleich Human. Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hilfe. Wow. Ich will nur irgendwie noch ein Leben zustande kriegen hier. Komm her. Okay. Jetzt geht es um die Wurst. Wurst mit Schinkenspecker. Jetzt geht es um die knackige Knackbratzelwurst. Und schießt du endlich Dankeschön. Weil dann sind wir das Geschoss von diesem Teil wenigstens los. Und das ist mir schon mal viel wert. Wow. Okay. Wir werden jetzt versuchen, möglichst viele Viecher mit der Feuerblume zu burnen. Hihihi. Und du auch. Stirb. Aber wo konnte man hier jetzt nochmal rein? Hier. Hier konnte man rein. Hihihi. Und hier konnte man auch Kohle kriegen. Das ist noch besser. So. Ja, jetzt bin ich nicht mehr auf dich reingefallen. Das war knapp. Und das war die Stelle, wo man da rein konnte. Ich erinnere mich. Und das waren jetzt Verluste, die irgendwie unnötig waren. Jetzt geht es wieder ums Wurstbrötchen. Hilfe. Autsch. Und Wurstbrötchen sind lecker, aber ich krieg kein Wurstbrötchen, weil ich verreckt bin. Toll, oder? So. Ach, Menno, Menno, Menno. Wieder das übliche Zeugs, Power-Ups holen und bla bla bla. Jetzt kann ich aber einfach so durchrennen, ohne Rücksicht auf Verluste. Ich hab ja schon alle Yoshi-Coins. Mein Gott, aber dieser Abschnitt am Ende ist ein bisschen fies. Muss man es schon so sagen. Wer mir da widerspricht, der hat keine Ahnung. Ach. Ach Gott. Mann, Mann, Mann. Also eigentlich hätte der jetzt wirklich nicht treffen dürfen. Weil ich hab mich doch geduckt und sonst hat das doch auch funktioniert. Also das war wieder so ein Treffer, der eigentlich unfair war und eigentlich nicht hätte zählen dürfen. Oh Gott. Oh Gott. Okay, aber hier würde ich immer reingehen, weil hier kann man schön viel Kohle machen. Na gut, nicht schön viel, aber wenigstens ein bisschen. Man kann dadurch durch das Geld wenigstens das Game Over etwas hinaus verzögern, sagen wir es mal so. Und das ist es eigentlich schon wert. Mist. Komm her. Nioh. Nioh. Oh Gott. Nioh. Hilfe, wow. Ach, Menno, wow. Das ist wieder so ein gemeingefährliches Level. Ja, natürlich. Du scheiß Bullet Bill Scheißer. Shooter gleich Scheißer. Okay, aber ich weiß schon, wir schaffen hier nicht, wieder mal nicht mehr als nur zwei Level in diesem Pathos. Schmatos. Hier kann man ja noch ein paar Münzen dazu verdienen. Hier, komm her, Münze. Komm du auch her, Münze. Natürlich, natürlich trifft er nicht. Ah, das setzt mich immer an, wenn der irgendwie da nicht treffen will und immer daneben schießt und ich stattdessen da einen Treffer einstecken muss. So. Jetzt aber. Und zack. Damit war ein bisschen Geldvorräte, aber ich hab keinen Bock, Game Over zu gehen. Das ist mir in diesem Hack einfach schon zu oft passiert. Deswegen sag ich lieber, ach, ja natürlich, das geht schon mal gut los. Okay, für sowas nimmt man sich einen Power-Up mit. Ah. Ich hasse das Zeug einfach nur. Ah. Wieso hat das jetzt nicht geklappt? Och, Mann. Niau. Hm. Ach Gott. Hilfe. Wow. Hm. Ach Gott. Autsch. Hilfe. Wow. Nee, ich glaub, das ist so am besten. Wenn man da raufstampft, bevor die irgendwie machen. Aber wenn man hier so einen riesen Berg an Viechern vor sich hat, dann ist das ziemlich unmöglich, da irgendwie heil wegzukommen. Okay. Okay. Probieren wir es jetzt. Hui. Nochmal. Mal los. Niau. Wow. Wow. Hilfe. Wow. So. 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 Komm her. Ich hole jetzt noch eine Blume und dann gehen wir nochmal wieder in dieses Level hier zurück. Okay. Woa, was war das? Hilfe! Oh Gott! Stirb! So. Okay, dann hätten wir diese blöde Tür schon mal überstanden. Und hier gibt es wenigstens auch einen Midwaypoint. Was haben wir hier? Mein Gott, ist das jetzt so ein scheiß Labyrinth oder wie? Äh, ich glaube das war der falsche Weg. Okay, das ist tatsächlich ein Labyrinth. Mist. Okay, und... Okay, merken wir uns, hier gibt es Power-Ups für alle Fälle. Und das war auch der falsche Weg. Das sollten wir uns auch merken. Also diesen Weg nur nehmen, wenn man unbedingt Power-Ups braucht. Okay, und hier ist auch der falsche Weg. Das heißt, man muss da lang, ist mir schon klar. Also hier, 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 nochmal hoch und BAMS! Auf das Viech rauf. Weil man da sonst irgendwie nicht hochkommt, habe ich das Gefühl. Ja, jetzt gibt es hier so ein Zeug. Bäh! Mein Gott, und der Fleder kann man ja auch kaum ausweichen. Nee! Wow! Geschafft! Okay. Dann würde ich sagen, beenden wir den Part. Das war's. Tschüssi! 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 Bis zum nächsten Mal.